So, ich nehme mal die Scroll of Escape und teleporte mich nach Tause. Hey, die funktioniert sogar dieses Mal. Das ist, weil wir in einer Private Welt waren. Hoppsala. Ich bin unter dem Spawn gespawnt. Ich bin unter dem Spawn gespawnt. Ich bin unter dem Spawn gespawnt. So, äh... Ja, Standard. Ja, Mann, ich war jetzt in Bremen bitte. Ja, das weibliche gehört auf jeden Fall schon mal dir. Uhu, das hier. Ja, und das hier drüben auch. Die beiden hier gehören. Ja, denn hier, direkt mal forlone. Nicht Change Owner. So, ich hab noch ein bisschen gepaart. Wann geht die? Und, äh, Kai wollen wir auf schöne... Ich bin schon ein bisschen losgelaufen. Ja? Ja, das ist ja noch reich gelaufen bei der Stadt. Okay, okay. Und unser Verzauberer ist auch fertig. Den hat Niklas uns schön gesponsert. Ja, ich komme aus deinem Gehirn. Danke. Was machst du, Alter? Ja, ich hab bei meinem Chocobo's kurz auf Verloge gemacht, so. Wieso sneakst du? Ich sneak nicht. Doch, Mann. Stimmt, ich könnte mit meinem Chocobo mal weggehen. Ne, lass das mal lieber. Ey, wieso es nicht... So, ich bin fast. Oh. Ich frage mich auch, warum es nicht, Alter. Ich verzaube jetzt kurz mein Diamantswort. Mit Sargnis. Mit Sargnis 5. Und anbrechen. Kannst du alle mal pennen gehen? Hast du eigentlich so getroffen. Das müsste auch gehen, wenn einer pennen geht, oder? Ja. Ah, schon. Warte, ich bin im Bett. Probier uns mal aus. Maki? Was denn? Weil mir leckert es gerade, ich kann nichts öffnen. Ja, du mixt auch. Warum ich... Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt anbrechen 2 und schatten es 5 auf meinem Schwert. Na, geh nicht alleine. Ja, ich lege jetzt auch. Okay. Ich hab, glaube ich, noch nicht mal... Ich hab, glaube ich, noch nicht mal ein Bett, wenn ich nicht alles täuscht. Ah, jetzt ist das. Ja. Jetzt ist das funktioniert. Ich glaube, wenn 3 drauf sind, du musst jetzt 2... Wenn die Mehrheit irgendwie schläft, dann... Ja, genau. Ich glaube, wenn die Hälfte schläft. Ja, mehr als die Hälfte oder so. Naja, war endlich mal ein Bett, what the fuck. Peinlich. Hast du Wolle? Ja, nee, aber Strings. Naja, ich kenne die Wolle geben, weil Strings braucht man später, hast du ja mal gemerkt. So, ja, aber ich hab genug können, aber... Was schon, danke. Äh... Nix, das ist auf jeden Fall der Überhexid Pro. Hast die Fakten schon gesehen, was ich hier überall hingesetzt hab? Ja, ich... Ich hab schon dein Gäste so gesehen. Da, 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 da will ich so ein, äh, Buschmau machen. Gucken wir das nämlich hier mal vor der Aufnahme so ein bisschen an heute geht. Joel hat auch schon ein grünes Chocobo. Ja, mit dem hab ich gestern aufgenommen. Ah! Weißt du, dass er schweizer ist? Ja, hat man auch gehört, also, so seine Stimme, ja. Ja, das wäre auch man immer mit dem... Aber... Ja, gut, eigentlich müsste man bei mir auch einen gleichen Akzent raushören. Ja, klar. Hat man ja bei mir auch, dass ich aus Waren kommen. Ja, Bayern und Österreich sind eigentlich von der Sprache eigentlich ziemlich gleich so. Das schon. Ich hab kurz ne Blueberry von dir gekickt, naja. Kein Problem. Äh, wohin? Ich hab immer Essen. Ich würd sagen, in die Richtung da, da waren wir auch noch nie. Ach ja, hier ist Niklas Haus. Äh, bis du sagst, äh, dass das, was sein Haus mal wird. Da drüben ist nämlich ein Dorf. Das haben, das hab ich auch schon gezeigt. Das hab ich auch schon gezeigt. Genau. Jetzt hab ich meinen Zuschauern noch nicht gezeigt. Ich wollte eigentlich ein schönes Häuschen bauen heute, aber das kann man verschieben. Stimmt, ich wollte meine Spitzhacke noch rappen. Und ich wollte nur die Hexical Blume abbauen. Scheiß drauf. Hallo Handy. Wieder mal live die Nachricht lesen in der Aufnahme. Komm mit die E-Mail. Multifreak 008 hat dich auf YouTube abonniert. Danke Multifreak 008, falls du die Folge hier siehst. Ich werd ja verrückt noch. Was war denn hier in der Schmied? Das bist du schon. Das glaub ich aber auch. Der nehmt einfach die Öfen hier mit, Alter. Ach ja, jetzt weiß ich wie das nicht machen soll. Ich hab eine Giraffe getötet. Oh mein Gott. Die hat Charlie geheißen. Ich töt sie einfach. Sie hat die Charlie geheißen, auch so. Also das Tier, die fallen auch schon gecleared und alles. Wo? Wo? Das war ich, aber ich hab die nur geöffnet. Und dann Wanda Blaze ist und dann bin ich weggerannt. Oh ja. Ich hab da nicht stehen, aber das sind laute Blaze drin. Das ist ein bisschen befickt. Alter. Oh oh, da ist ein Rare Creeper. Ach du Scheiße, ich spreng. Ich hab mich in die Höhe, was ist das für ein Trottel. Halt mit meinem Schaden des 5-Schweckiges Suchen. Ich hab eine Dame-Picket. Pick-Ex mit der Fischen 2 bekommen. Ja, nice. Bei dir läuft. Oh ja. Äh. Äh. Ich will nicht schon wieder sterben. Junge, mit meinem Schaden des 5-Schweckiges Suchen. So was weiter. Alter, Alter. Alter. Das sind einfach Spinnen One-Hit. Ja. Da brauchst du gar nicht. Ich hab das 5-Schweckiges Suchen. Unbedingt. Ja, aber trotzdem. Ich meine noch. Bevor ich verzauber, warte ich eigentlich auferst auf dem Ender Giants Sword. Ist ja besser. Ich hab ein Diamond Giant Sword. Ja, ich auch, aber Ender ist besser. Macht ein Schaden mehr von der anderen. Ich hab ein Schaden Sword. Ja, es ist besser als dein. Das ist das beste Schwert im Game. Ja. Ich mach das. Nein, das beste, aber ich mach jetzt von den Giants Sword. Achso. Ja, es muss ich mal verzaubern. Und bis das war, ihr müsst mal mitnehmen, weil ich hab noch meine zwei Eisenschwerte vom Anfang. Das lass dir einfach mal tun. Ist Kopper eigentlich wichtig? Das war ich selber nicht. Ich weiß nicht, weil ich weiß, was man darauf macht. Kannst du aber gucken. Ich nehm's trotzdem mit, weil... Drück doch mal U drauf. Ja, stimmt eigentlich. Hier ist noch eine Kiste. Die hast du... Nee. Aber hier ist ein Eisenschaufel, der was ich am Ambus. Sehr schön. Die gehört auf jeden Fall mir. Der, 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 der gehört auf jeden Fall mir. Dann kann ich endlich meine Bücher drauf fallen. Oh. so ich gehe wieder mal nach oben ich wollte mir noch eine goldene feder machen habe ich zu blöd dazu jetzt soll ich hab's vergessen ja mehr auf fitz äh skillet sagt nein fette skillet iron big sword ist das das diamond iron big sword ja iron big sword ja ist es das mit diamant textur oder ohne weil der diamond big sword heißt auch iron big sword ja das finde ich so unnötig es ist richtig ich bin ja auch in dem turm sind bei dir lohnen oder nicht ich bin doch okay ich bin in den anderen turm gewandert der im wasser ist ja genau skelett schubs mich doch einfach noch eine etage tiefer passt ja mit meinem schwert bin ich zu p nein wir haben ob es heute dran kommt das vergiftet mich einfach das fette ding da habe ich jetzt einfach mal das sind das miniatur wird kräftigen item ja das ist sehr geil da bekommt man nämlich der zweite lebensleiste wenn man das mit ein paar sachen verkraftet geil hat noch gut ah er hat kann es da ja die karte hat es ist das ist das ist das sehe ich mir auf um schoko jokopädiar bei uns wo ich bei uns brauche aber was drauf büß soll jungen wo ist denn jetzt da mehr hin stone schild habe ich jetzt schild tut das einfach in deiner leiste wer habe ich wer hat das automatisch aber muss ich da ähm es recht ist das recht wer da ja du musst aber nur einmal rechts klicken danach kann es einfach so lassen dann lästig du so monstisch hat das sei ich mir scherzer ich bin zu lang zum gewissen auch zu viele ständen zu viele städte viele ständen matsch h h h schon wieder an wir haben halbiert ein besonderlich leid er wird er wird es war die fürs Lichter hat buchhalter das war das da man scheint sagt mit fokus 1 was ist denn das vokuss eigentlich keine ahnung ich hab keine Ahnung von Bound Magical Big Blue Backpack nee das ein Big Blue Backpack ja gefunden ganz geil ich glaube da kommen noch viele Sachen natürlich jetzt einfach mal ein paar Sachen rein auch nicht auch nicht auch der auch die Faktor raus lassen jeder ist das dass das 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 genau und das kann ich noch ein ich lege das ganze Zeug hier jetzt mal rein nur der Geil dann ist es vorgelegt das ja läuft Hunde Prozent ja auch bei der Leuchten was sie gehen auf sagt er schon wieder ist die erste die Wurzeln die Anwärtsgebäude eigentlich alle 9 du ist gut du siehst du und sie heute war gar nicht nach ich habe schon wieder zu retten ich hab schon die Kasse und wir manchen gut sein du gehörst da muss man echt mal sagen bei dir läuft auch hier auf jeden Fall wo ich bin Reiter ich habe einfach so immer ich habe es 15 ich habe 20 Minuten ich mach den Turm noch fährt und dann was der ruhig Zeit ich habe ja auch noch ein bisschen in meiner Folge die scheinbar ist der fette der wicke fette Bowser Bowser so dass es sich so das ist die Hälfte ich weiß nicht wie sie auf jeden Fall die GmbH da oben ja viel Spaß diese reich die Kiste nicht das so weil er weil er große Buss hier ist Ah, Big Daddy. Der wird gerade von Skelett abgeschossen. Ah, das macht irgendwie Gendammig bei ihm. Ja, wenn ich dich schlage, macht das schon Gendammig, ne? Ja, auf jeden. Ist eh klar. Alter, Alter, Alter. Alter, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Raffi? Ja? Weißt du, wie viele Tote Joel hat? Äh, nee. Hat er überhaupt einen Tod? Ich weiß nicht. Weißt du, wie viele Tote Joel hat? Lol, hier ist der Wassertower. Ja, den hab ich gecleared. Weißt du, was ich hoffe? Ich bin da gerade noch drin. Du, da. Ich hoffe, ich bekomme die Scale-Rüstung. Bekomme ich die, hoffe ich, ja. Naja, du hast schon zwei Tote, ich hab null. Ja, ich schätze mal, du bekommst. Das kannst du nur lange, äh, da, du, Mato. Da kann, da, ah. Das kannst du nur ändern, ja? Ich hab da schon, ne? Verdammt. Raffi kann bestätigen, also, ich sterbe eigentlich nicht schnell. So, ich nehme mal die Scroll of Escape und teleporte mich nach Pauzli. Hey, die funktioniert sogar dieses Mal. das ist weil ich das ist weil wir in der private welt waren hoppsala ich bin unter dem spawn gespawnt aber ich bin unter dem spawn gespawnt aber geh weg you crazy spider lass mich ach gott was hab ich da klug auf die st die m die 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 ein lillipid mit versauberung ja das wenn du das ins wasser tust denn wachsen deine sachen die du da rum hast schneller amal 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 drei jahre läuft bei mir vertraut ich auch schon ok ok ich habe scale boots auf jeden fall ja genau alter er ist so verarschen kannst du auch mit ok sie ist gleich an und dann zeigst du ok besser ähm äh habe ich die nicht die gegrüßte die kürz er ist sie ja ich habe die sechs und dreißig er bleibt diese Türme bringt so viel abgärts und das ist so und das ist so auf dem Bussum ich bin hier noch der Koffer der alte bis zumbexler Krass auch ich bin ich mit meinem boot du mit deinem boot bist scheiße merke ich mir ja hast du lederrottenfläche mich äh ne seit nicht schade das repair das repair das wäre ein echtes da mache ich noch ein bisschen unbreaking drauf was dann auf rizuri chess plate ich mache noch fortune auf meine spitze raffi hast du holz für mich lol wo ist fortune hat genau gereicht da wo bist du raffi die verzauberung ist das schon so wo ist fortune bei der spitzhacke freezer was ist fortune ich habe legierbogen da habe ich auch schon lange oi aber ich nicht das darf der geile ja ja es ist ja gleich zwar war schlachtig tot ja immer ich habe spiegel dürfte rein der macht komische geräusche was passiert wenn man eigentlich einen anderen spieler gilt du musst ihm ein item von dir geben ach so bei mir ist es gelbe ist und das war die ist gelbe ist das war jetzt schon ja auf jeden Fall ja raffi hast du heute mich ich brauche das selber grad zum haus bauen ja komm ich auch nur durch die auch nur pastikis so stieg die ist ja das schlaue das baut ihr für ein haus seine art meinten ist auf jeden fall sehr kacke aber ich will jetzt einmal in ja wegen gestik ist hallo hier ui 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 u u Was soll ich jetzt sagen? Aber was soll ich jetzt sagen? Ich bin nervös. Ich skype mir drauf. Ich halte mir drauf. Nein, das tust du nicht. Nein, das tust du nicht. Ich habe Clay für dich. Komm hier. Geil, sammle den gleich wieder auf. Boah, da, da. Meins, meins. Ach du Scheiße, da kam man auch raus. Okay, deins. Jetzt kommt der. Warte, ich gebe dir. Soll ich jetzt echt riskieren, dass ich dich schlage? Ja, jetzt. Und zwei Dinge. Und zwei Dinge. Zwei Dinge. Witzig. Ich bin Kai und bin witzig. Nein. Ey, das war, das war... Rami, was hast du auf dein Schwert? Das hat mich innerlich... Schatten ist 5 und Armbreaking 3. Ich habe Schatten ist 5 nur. Lach nicht. Ja, okay. Oh mein Gott. Soll doch nicht lachen. Soll doch nicht lachen. Ich weiß doch noch so. Boah. Boah. Das hat die Stadt den Weg gesprengt. Ja, das muss reparieren. Ja, ich sag mir alles auf. Hast du hier die Holzplanken, weil ich repariere das dann kurz. Nein, habe ich nicht. Das Schild hast du aber. Nee, das habe ich. Und den Rest hat eh hier. Ich kann das reparieren. So. Okay, er ist vom... Hier guck, ich habe es rausgeschmissen. Hat jemand noch ein Schild für mich? Nee. Ich müsste eins in der Küste. Warte mal. Weil ich habe ja mal einen Eingang versetzt. Genau, ich habe hier noch drei Schilder. Egal, ich habe auch noch welche. Aber egal. Gut, Leute, dann was ist mit dieser Folge? Hexe, die im nächsten Part brauche ich dann am Haus. Ja. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.